moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ich bin's wieder euer max deus und wie ich sehe sind wir wieder am verhungern und am verdursten jetzt wieder am weichen her wo ich das letzte mal aufgenommen habe habe die hälfte schon vergessen wir machen uns jetzt eben erstmal was zu essen fertig und dann was zu trinken und auch immer die baustelle an die ich mir oben da geplant habe dann würde ich sagen können wir wie sehr erstmal stöcker sammeln 407 stöcke und 420 baumstämme was habe ich da wohl in der vergangenheit gemacht jetzt erstmal was zu trinken unten dann holen wir uns den fahrstuhl hier mal runter da ist er ja ja unseren lager wollten wir da auch noch machen stimmen die planung habe ich schon gemacht hier ganze mauer drumherum und die ganzen quasi gebäude in anführungszeichen die türme die hier kommen sollen wollte ich mir noch mal angesehen haben weil es schon wieder ein weichen her ja dann heißt es erstmal wieder rüber und stecker und bäume sammeln naja und da soll ja der nächste tun hinkommen naja und dann können wir auch mal schauen was aus unseren fallen geworden sind da jetzt was passiert ist ob da ist einer irgendwie drauf gegangen ist gefangen worden genommen wurden ist oder was weiß ich wollten wir ja mal ausprobiert haben ich die ja jetzt gerade da hinten können wir mal auf ansehen ob die funktioniert haben die muss zusehen dass ich mir ein anderes floß hole jetzt hilft ja richtig hier hin und her zu laufen mit die sind nicht benutzt worden nicht eigentlich schade aber naja leite im laufe des heutigen tages kriegen wir noch was mit passiert da noch was ja scheint ungenutzt worden zu sein ich muss mal die kopfhörer wieder ein bisschen leider machen die drinnen ja richtig in ohren und schon mal zwei stöcke komm schon geh schneller T- 4 ja 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 geht hier vielleicht noch einer rum oder waren diesmal wirklich nur so wenig wir hatten unsere axt wieder das war nicht einer zu wenig sondern war dann macht man wieder voll wir haben wir auch jetzt erst mal zehn inventars wieder voll ob stärker wird eine richtige herausforderungen sein lager fertig zu machen ich finde schade dass jetzt keine uhr inwohner kommen wir gerne sehen wie die fallen jetzt funktionieren so dann ab nach da drüben da sind ja noch genug bäume aber auch krass wie die jetzt alle nachgewachsen sind bambi bambi machen wir mal ach ne bambi komm bambi komm her bambi bambi kriegen wir nicht mehr hier rollt mich nicht davon nicht noch einer mehr oder ist ja schon weggerollt oder hatte der jetzt nur drei gehabt dann nehmen wir noch die beiden hier und den hier ach da liegt einer da ist er ich wollte schon sagen wo ist denn der gewesen noch ein bambi muss er bambi mehr bambi noch jemand dem moment wo ich anhalte hält der auch an wird sagt sagt oder int im 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 das ist und me keine ahnung wo die sind er wäre nicht schön wenn die heute noch mal kommen würden wir brauchen noch ein bisschen knochen rüstung ich habe ja nur noch drei dann haben wir hier kaputt und den treffen muss auch gelernt sein und den hier dann kommt hier ist noch einer und hier sind wieder 12 komisch dass sie irgendwie uns heute mal keinen besucher bestanden habe das hier ja so schön vorbereitet würde hier wahrscheinlich kommen die erste abends oder so ich habe wieder hunger nur noch fleisch hier haben wir noch die müssen auch mal langsam kommen wird heute irgendwie zu langweilig oder die haben seit der letzten folge die fallen gesehen und auf einmal schiss von außerdem haben gerafft was das ist essen fertig nice so und stein gesammelt keine steine oder wie haben wir aber kein holz mehr habt ihr das gehört bambi was hatten wir den erwischt und wir nehmen den baum baum füllt so haben wir wieder voll und die sonne geht unter natürlich jetzt haben wir gleich schon alle fertig alle voll so seitdem wir den wagen nutzen geht das auch verdammt schnell hier die dinger hier alle voll ich weiß noch damals als wir angefangen hatten hier die so transportieren hat man den ganzen tag gebraucht hatten nicht alle voll gehabt weil wir den wagen nicht benutzt obwohl wir den schon hatten haben wir den einfach nie genutzt sind sie auf die man will jetzt wissen ob die fallen funktionieren ja natürlich wieder außer puste hey du komm mit komm mit komm mit komm mit komm mit ich will dir was zeigen so hier wird eine fliegerung komm komm mein kleiner komm 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 komm, wo läufst du hin? äh, ist hier noch einer? ne, ist nur der komm, mein kleiner, hier komm äh okay, dann komm hier komm äh, die, Aua komm her ja, der hat funktioniert der hat funktioniert hm, der ist jetzt tot alles klar die waren eher für den Arsch den legen wir erstmal hier drauf also brauchen wir den hier brauchen wir jetzt wieder einen neuen Stock ja, dann sind also für den Arsch okay aus dir machen wir morgen ne Knochenrüstung fahren wir wieder zurück eh, aber es hat funktioniert immerhin müssen wir ein paar mehr von diesen Seilfallen halt bauen wenn wir die anderen beiden abreißen holz, äh, holzstamm hier wieder aufgenommen oh, immer dieser Holzstamm dann 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 und da sind wir jetzt auch schon gleich wieder autos heim so noch ein bisschen wenn wir müssen so und ja wieder durst wir fangen dann von hier an packen die alle da rüber wird schon die falsche taste so den wir nehmen den hier hinten noch hier 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 in den kopf gestoßen machen wir hier eben die eine fertig warte erst mal mit dem holzlager hier nein das wollte ich nicht mal komm wir machen die kleine die kostet auch ganze fünf holz wo wir nur klein ist die wand wieder hunger sind wir noch frisch einer schon verdorben dann muss ich ihn hier machen den anderen muss ich wegschmeißen so in dem klar kann doch nicht sein so machen und ab weggesetzt ganz schnell mein fleisch retten bevor es verbrennt ja ist fertig und wieder runter was wäre ich ins wasser gesprungen was ist das nicht mehr ist das wie war das war 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 noch zweimal laufen dann ist die ladung auch schon mal fertig wieder aus versehen los die machen jetzt aber ich würde sagen sinnvoll wäre es wenn wir zuerst mit der außenwand anfangen den haben wir durch und den hier da können wir auch fertig machen eigentlich im grunde den ersten uhr muss die wände vom turm ja machen wir den ersten tun fertig da 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 haben wir den jetzt auch und habe ich es von hier genommen da kommt eh beides hoch oder alles der ist fertig und dann noch die eben ja wir machen hiermit weiter würde ich sagen und dann einmal noch runter und wieder hoch einmal aufladen und dann müssten wir morgen wieder nächsten morgen halt wieder Holz sammeln und wieder Stöcke Stöcke das wird eine echte Herausforderung wir müssen eventuell sogar Stocklager hiermit zu tun damit wir irgendwie mehr Stöcke auch mitnehmen können obwohl auf Dauer wird das sich auch nicht wirklich lohnen nice den haben wir auch fertig wir machen dann den hier haben wir aber nur noch drei Baumstämme den kriegen wir nicht mehr fertig gerade eigentlich aber nice geht hier auf jeden Fall langsam wird noch 371 Baumstämme nice ist nicht mehr viel so dann gehen wir hier mal runter und solange es noch dunkel ist können wir uns mal schlafen legen und ich würde sagen vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao ich bin's euer Max der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020